Apfelsorten Ich möchte euch recht herzlich zur Apfelsaftverkostung der 1b begrüßen. Heute verkosten wir die Apfelsorten Rote, Delizios, Jona Gold und Binova. Mh, köstlich! Schade, dass ich Ihnen kein Glas durchreichen kann. Wir verkosten auch einen Apfelsaft aus Bräerröhren. Wir haben Bewertungsformulare für euch vorbereitet. Julia wird jetzt die Formulare austeilen. Wir beurteilen den Apfelsaft nach süß, sauer, fruchtig, schalig, vollmundig, spritzig, frischduftend und elegant. Was ist das? Was ist das? Der Saft hat aber auch eine angenehme Säure. Für mich war der Apfelsack süß, fruchtig, vollmundig und frisch duftend. In diesem Glas befinden sich nur Brüchte ohne Zusatzstoffe. Brewer duftet ganz fantastisch. Den muss ich gleich verkosten. Wunderbar. Brewer, eine wahre Garmfreude. Vollmundig Apfel mit angenehmer Säure. Zum Wohl. Mh, schmeckt köstlich. Wir haben ein Ziel. Und zwar, dass viele Schüler im nächsten Jahr selbstgemachte Apfelsäfte zur Verkostung mitbringen. Dieses Prachtexemplar ist ein roter Delizius. Pinoba, ein Apfel mit großer Widerstandskraft. Päubern, ein Apfel mit angenehmer Meersäule. Mir schmeckt die Mischung schon ganz gut. Ich war ein DFED mit angenehmen Säure. Da sieht man, dass die Geschmäcker ganz verschieden sind. Der roter Delizius riecht aber intensiv. Die Pinoba hat ein gelbliches Fruchtfleisch. Ich beiße Tücher. Äpfel sind besonders gut für die Gesundheit. Äpfel sind besonders gut für die Gesundheit. Amen.